Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Scharrenbach, ja, Wiederholungen machen Anträge nicht wirklich besser. Sie sollten tatsächlich mal die Vorlagen, die umfangreichen Vorlagen des Innenministeriums im Innen- und Kommunalausschuss auch mal lesen. Sie sind zwar nicht Mitglied im Innenausschuss, aber die Kollegen stellen Ihnen das sicher gerne zur Verfügung. Dann würden wir uns hier, glaube ich, so eine Debatte ersparen. Der Dreiklang Ihres Antrags, der beginnt erst mal, indem Sie, das finde ich schon ziemlich krass, erst mal alle Landesbediensteten pauschal beschimpfen. Denn Sie loben hier, Sie loben im letzten Jahr die Kommunen, die Feuerwehren, die Hilfsorganisationen und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Die haben alle Großartiges geleistet. Nur alles, was Land angeht, muss ja in die Arithmetik passen, hat komplett versagt. Frau Scharrenbach, wissen Sie eigentlich, was Sie damit sagen? Wissen Sie eigentlich, was in diesen Bezirksregierungen und auch in Arnsberg, viel gescholten, ja, was dort im letzten Jahr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet haben, die oftmals sich nachts im Zimmer ein Feldbett aufgestellt haben, 24-Stunden-Schichten geschoben haben und nicht abends um acht nicht wussten, ob Mitternacht wieder ein Zug aus Bayern mit Hunderten von Flüchtlingen kommen, denen Sie einen Obdach gewähren mussten. Ich finde das unverschämend, was Sie hier pauschal gegen alle Bediensteten im Land hier als Fehlleistung mal ebenso mit einem Federstrich feststellen. Zweitens, nach dieser Beschimpfungsorgie, natürlich sind auch Fehler gemacht worden, bin weit davon entfernt, das alles schönzureden, aber so einfach ist die Welt nicht. Zweitens, ausführliches Lamento über zwei Seiten zu Allgemeinplätzen, der Kollege hat es gerade schon mal ausführlicher dargestellt, die längst umgesetzt werden. Regional gerechte Verteilung, ja, wenn Sie das Konzept mal lesen würden, steht drin, der gesetzliche Auftrag ist Ziel, den zu erfüllen, selbstverständlich erfüllen wir den, passive, flexible Reserven machen, steht auch im Konzept, Flexibilität bei der Zahl der Erstaufnahmeplätze haben wir durch ein gestaffeltes System, Amtshilfe ersuchen brauchen wir nicht mehr, machen wir ja auch nicht mehr, verantwortlicher Umgang mit staatlichen Ressourcen, ja, nach diesen Allgemeinplätzen, die wir, glaube ich, nicht brauchen, wenn Sie, wie gesagt, hier mal drauf schauen würden, was das Land an Konzepten vorliegt, kommt dann Bekannter an wirklich Forderungen, alter Wein in neuen Schläuchen, der auch niemandem weiterhilft. Wir haben es hier, ich glaube, mindestens schon zweimal diskutiert, Ihren Vorstoß, Asylsuchende mit niedriger Bleibewahrscheinlichkeit, Sie können es ja auch heute nicht definieren, wer das denn ist, sollen in die Landeseinrichtungen zurücküberwiesen werden. Und auch hier, Frau Scharnbach, ist das eigentlich durchdacht, auch das habe ich Ihnen bei dem letzten Antrag, wo Sie genau dasselbe schon mal gefordert haben, für Westbalkan, das wollen Sie jetzt noch ausdehnen, ob das wirklich zu Ende gedacht ist. Wir haben ungefähr, haben wir 100.000 Menschen, die nicht wegen des Landes den Kommunen zugeteilt wurden und ohne Antragstellung, sondern wegen fehlender Kapazitäten beim BAMF noch keinen Asylantrag hier in Nordrhein-Westfalen stellen konnten. Ja, da haben wir auch viele bei, viele bei mit einer niedrigen Bleibewahrscheinlichkeit. Die leben zum Teil ein Jahr, zum Teil zwei Jahre warten die Menschen, überhaupt einen Antrag zu stellen in den Kommunen. Die Kinder gehen zur Schule, die Kinder haben Schulfreunde gefunden, sie sind im Sportverein, spielen in der Fußballmannschaft mit. So, und dann steht jetzt Frau Scharnbach da und sagt, so, Koffer packen, ihr geht jetzt alle zurück in die zentrale Einrichtung des Landes. Hier ist mal Schluss mit lustig. Sagen Sie mal, haben Sie das eigentlich zu Ende gedacht, was Sie hier fordern? Ich finde das nicht nur inhuman, sondern organisatorisch überhaupt nicht umsetzbar. Frau Kollegin Lüger, standen Sie eine Zwischenfrage von Frau Scharnbach? Das ist nett von Ihnen. Vielleicht hilft es ja weiter, dass wir da mal planen. Mit Sicherheit, hören Sie gut zu. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Düker. Vorab haben wir in dem Antrag die gewaltige Gemeinschaftsleistung von Staat und Bürgerschaft gelobt. Das vielleicht zu Ihrer Kenntnis. Zu dem Zurückholen. Selbst der Rat der Stadt Essen hat kürzlich in diesem Jahr eine entsprechende Resolution verabschiedet, wo er genau das auch fordert. Sie wissen, dass beispielsweise der Kreis Unna über eine hohe Belastung verfügt. Und deshalb möchten wir gerne von Ihnen wissen, werden Sie denn den Kommunen insbesondere die Integrationsaufwendungen für Personen, die aus den sicheren Herkunftsstaaten kommen und denen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Asylantrag abgelehnt wird, zu 100 Prozent erstatten? Oder erwarten Sie, dass die Kommunen das vollständig selbst leisten? Ich stelle Ihnen eine Gegenfrage. Unterstützen Sie, nein, ich beantworte Sie aber auch, aber ich stelle Ihnen eine Gegenfrage. Unterstützen Sie auch diese Landesregierung dabei, dass aber im Bund die Anträge dieser Menschen dann endlich auch mal in der vorgegebenen Zeit bearbeitet werden, damit diese Menschen dann auch Klarheit haben, ob sie bleiben können oder gehen können. Und damit dann auch das, was ja bei den meisten, die eine Ablehnung bekommen, auch geschieht, eine vernünftige, humane, faire, freiwillige Rückkehr organisiert wird. Denn da sind wir noch gar nicht, dass dies das Bundesamt tatsächlich leisten kann. Und solange das Bundesamt, das blenden Sie ja immer komplett aus, solange das Bundesamt hier nicht Entscheidungen genau für diese Länder, wo es eine geringe Bleibewahrscheinlichkeit gibt, die sicheren Herkunftsländer, wenn hier der Bund nicht sicherstellen kann, dass das auch innerhalb dieser Zeit passiert, sind selbstverständlich die Kommunen dabei zu unterstützen. Und auch das haben wir, das diskutieren wir heute auch noch, über das Flüchtlingsaufnahmegesetz auch geregelt, hier mit einer fairen Finanzausstattung zu versorgen, damit die Leute vor Ort nicht nur ein Dach über dem Kopf haben, sondern auch anständig versorgt werden können. Ja, selbstverständlich. Aber damit diese Leute endlich auch Sicherheit darüber haben, was mit ihnen passiert, das ist nicht das Land, das ist das Bund. Und diese Zuständigkeit kennen Sie. Und aus dieser Verantwortung da, das blenden Sie natürlich komplett aus. Insofern, ja, selbstverständlich werden wir hier die Kommunen fair und vernünftig ausstatten, aber der Bund muss hier auch seine Verantwortung übernehmen. Zweite Forderung, die uns auch nun wirklich überhaupt nicht weiterhilft, auch schon häufiger gefordert, dass in den Landeseinrichtungen das Taschengeld als Sachleistung herausgegeben wird. Warum meinen Sie eigentlich, warum die anderen Länder, sehr viele von denen das auch alle nicht machen? Weil das nicht nur für die Menschen schwierig ist, sondern weil das einfach ein bürokratischer Aufwand ohne Ende ist, wie Sie hier in dem kleinen Taschengeld noch eine anteiligen, weiß ich nicht, ein Viertel-Mobilitätsticket oder was auch immer, die in dem Taschengeld ja per Gesetz festgelegt ist, wie Sie das in eine Sachleistung umwandeln wollen. Meinen Sie denn, die Betreiber dieser Unterkünfte des Landes haben nichts anderes zu tun, als sich mit umfangreichen Tabellen und irgendwelchen gearteten Sachleistungen, die Sie da abgepackt vorrätig halten, hier das umzusetzen? Da haben wir doch, weiß Gott, was anderes in den Unterkünften zu tun als dies. Und deswegen macht das im Übrigen auch die anderen Bundesländer nicht. Also, das sind eigentlich die Dinge, wo ich hier auch gerne noch mal eine Gegenposition vortragen will. Alles andere ist tatsächlich sehr stark redundant, um es vorsichtig auszudrücken, und aus unserer Sicht komplett überflüssig und hilft in der Sache im Moment überhaupt nicht weiter. Ich stimme dem Kollegen, wo sitzt er, dem Christian Dahm zu. Tatsächlich das, worauf wir uns jetzt konzentrieren müssen, ist, für die Integration in den Kommunen zu sorgen. Und da ist noch lange nicht alles in guten Händen, und das ist noch lange nicht alles auf einem guten Weg. Das ist das Ziel. Der Gesamtkomplex Erstaufnahmeeinrichtung, glaube ich, ist konzeptionell inzwischen gut aufgestellt. Und ich glaube, dass wir da auch die nötigen Konzepte durch das Land haben. Da brauchen wir diesen Antrag nicht.